Philipp Hentke, ganz wichtiger 3 zu 1 Sieg gestern Abend. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, es war ein sehr hart umkämpftes Spiel, ein sehr enges Spiel. Wir hatten erst ein bisschen Glück. Heidenheim hatte zwei, drei gute Chancen, wir aber auch mit Sarkis. Ich denke aber, was den Einsatz und die Leistung 90 Minuten betrifft, geht das Spiel, glaube ich, für uns absolut verdient. Das ist in der turbulenten Schlussphase ein bisschen untergegangen, dass du vor allem auch in der ersten Halbzeit eine sehr starke Leistung gezeigt hast. Du hast uns in einigen Momenten die Null gehalten. Was sagst du zu deiner eigenen Leistung? Ja, es ist mein Job, nochmal den Ball zu halten. Ich denke, wir hatten auch Glück. Wie gesagt, jeder versucht seine Stärken einfach auf den Platz zu tragen und ich bin froh, dass ich der Mannschaft damit helfen konnte. Super, danke.